hallo und herzlich willkommen bei WeltdogGamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel ganz auf Glory ich starte das Spiel voll mit an dann müssen wir eine Minute warten ich habe meine Art gerade noch gar nicht nachgeschaut ob ich den finde ha dann machen wir es gleich mal zusammen snälla snälla snällaurance snälla snälla ha! Da greift ein Krakener Schiff an. Ich sehe hier aber kein Meer, kein Ozean. Level 1. Das bin ich nicht. Das bin ich doch gar nicht. Einstellungen. Konten. Wechsel. Facebook. Jawohl. Jawohl. Oh, schon eine Technik ist fertig. Ah, Level 14, das bin ich. Genau, genau. Dann können wir jetzt mal loslegen. Schauen wir jetzt mal in der Gilde nach. Gemeistert alles. Ach, da war einer. Mist. Mist. in der Gilde. So, ich habe kein Saumt. dann müssen wir jetzt mal ganz schnell in menü einrichtung gehen und steuerung und musik bei der allianz so bei den spenden so ok hat das schon mal fertig gratis brauchen wir brauchen was zum futtern hier was ist hier los warum habe ich kein futter mehr wir haben noch ein bisschen schlecht aufgeteilt verbesserung 265 leute verbessern das ist ein bisschen preis weiter als wenn ich die truppe neu ausbilden würde aber dauert länger und dann machen wir es auch verbessern level up hier gehen wir das gleiche verbessern level up und noch einmal hier die kanonen verbessern level up ist das hier level up und noch einmal hier 25 sekunden kann man machen System. Alles gerecht. Okay. Level 15, Level 30. Hatte ich die Runde gewonnen? Den Kampf, ich denke. Jawoll. Sonst wäre sie ja noch hier gewesen. Was ist das? Ein Hai? Ein Wal? Die Schweine haben auch sein Wal. Oh. Kenn ich ja noch gar nicht. Immer auf den Bauch. Und was ist das? Leute retten. Was ist das? Was ist das? Warum schießen die, wenn sie sie retten sollen? Wir retten euch vom Leben. Babababam. Alle tot. Rein fordern. Bald bin ich wie IP6. Juuu. Einmal drehen. Zweimal drehen. Oh. Oh. Dreimal drehen. Oh. Hier. Futter für dich. Bestimmt. Einmal drehen. Da stand eine 2. Zweimal einfordern. Haben wir gemacht. Auf welchem Platz bin ich? Mein Rang 0. Punkte 0. Das ist gut. Oh. Acht Stück. Ne. Einsammeln. Oh. Hier nochmal einsammeln. Mal einsammeln. Mal einsammeln. Mal einsammeln. Da war ich doch gerade schon. Man kommt hier immer so ein Streifen, so. Als ob ich die Maus drücke. Was ist denn da? Ach so, ach so, ach so, wenn ich den Rand berühre, ist das immer so. Ah, okay. Hm, ich würde gerne spinnen, aber ich kann nicht spinnen, tut mir leid. Um, ich würde gerne spinnen, tut mir leid, tut mir leid. Hm, drei Nachrichten schon wieder. Um, ich würde gerne spinnen, tut mir leid. Das ist doch mal schön. Österreichisches Königreich, jawohl. Okay, dann haben wir jetzt alle roten Punkte, bis auf der eine, der kommt ja immer wieder. Obwohl hier nichts ist. Ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Oder übersehe ich etwas, übersehe ich etwas. Oh, ich habe noch doppeltes Goldschuh, ein Goldschuh. Dann ist mein Anwesen zurück. Anwesen betreten. Dann holen wir erst einmal die E ab. Haben sie von Dingens geklaut. Oh Gott, States of Survivor. Naja, vielleicht arbeiten die auch zusammen. Warte mal, ich habe Zeppelin dahin geschickt. Kann ich mit denen hier zu den hier angreifen? Ja, das geht. Loll, ist ja witzig. Bitte auf die Nase. Oh, das war das Auge, ja. Was soll's? Beides gewonnen. Oh Gott, das ist ja witzig. Warum habe ich die Ausdauer benutzt? Ich weiß es selber nicht. Na, jetzt habe ich 136, ich habe dafür zu viel jetzt schon, naja, bitte morgen Stefan, hast du gut geschlafen, Sieg, dann haben wir noch mal wieder neue Gegenstände. Am Wesen zurück, Forschung, ach, das war beschwerend hier, oh, schön. Ich habe doch noch viel Gratis gesucht. Da war ich doch gerade. Da, jetzt, bleib gerade nicht mehr da gewesen. Egal. Boah. Komm mal, ich habe 3000 Dingens zum Öffnen. Ich mache das so lange, bis ein Episch da ist. Es wird aber dann ganz lange dauern. Vielleicht gibt es da hier auch gar keine Epischen. Jetzt sind aber die gleichen. Jetzt riecht ich mal einen neuen. Da, ein Episch. Okay. Gustav, dich haben wir gerade gezogen. Und dich werden wir auch leveln. Ich habe 2000. Boah. Level 11. 25. Da, 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 da. Da, 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 da. Na mal zurück zum Wächtern. Da dreiß ich schon. Ha. Da kommt jetzt der hier mal dran. Der Herzog. Buckingham. Von Buckingham. Mache ich immer noch einen. Also bis auf 30 kann ich leveln, ja. Na, so weit komme ich gar nicht. Und doch, genau, bis dahin bin ich noch gekommen, 30. Jetzt kommt der nächste Wächter. Machen wir die mal verlieren, legendären. Ach, ich brauche vier Stück bei dir. Ah, bitteschön. Haben wir dich auch mal schnell voll gemacht. Da, 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 ja. Helena. Auch voll. Wächter. Wächter. Nehmen wir den hier wieder. Kommt doch ein bisschen mehr weiter. Und jetzt geht's nicht mehr weiter. Bis auf 22. Aber so nice. Oh. Ne, den hab ich nicht. Nochmal zurück. Eppig. Stimmt, ich hab grad nur blaue gezogen, also muss es beim blauen sein. Upgraden. Upgraden. Du, 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 du. 4 Sterne. Der ist voll. Upgraden. Und der ist auch voll. Ne, der nicht. Aber den. Eins. Zwei. Oh. Da fehlt einer. Der. Eins. Zwei. Und da fehlt auch einer. Und das geht nur einmal. Ah, der ist auch voll. Die ist auch voll. Die ist auch voll. Mal dann. Low. Low. Lowey. Oder irgendwie so. Der ist auch voll. Ach ne. Der nicht. Bei 6 immer voll. Sonst nix. Max Level. Max. Max Level. Max. Max Level. Max Level. Max Level. Max Level. Max. Shield. Oh. Legendär. Max. ament. Relax. Max. Lag. 10 und was passiert jetzt mal mit den anderen sachen also ich habe ja jetzt die wächter aufgelevelt ja alle auf max level ja und von denen hatte ich ja noch ein was passiert mit denen jetzt zum beispiel die ist ausbilden 1 ich musste 1300 ausbilden und ich kann nur 265 boah das dauert für eine ähnliche da bin ich ja ach jetzt habe ich ausbilden genommen nein da bin ich ja ein ganzes jahr dran vor allem so selten wie ich das immer spieler spiel vor allem so selten wie ich das immer spieler spiel ich glaube ich musste da den habe ich gerade geholt hm das hat 44 diamantel ach du ahnst es nicht da habe ich jetzt keine lust drauf nö schaue nochmal hier zwei sachen einfordern truhe einfordern ach ne das will ich jetzt nicht ok ok das haben wir noch hier ich brauche noch einen zum starr warte mal ne ich habe ja welche ich warte die ganze zeit immer mensch die waren im inventar ich musste sie erst benutzen ja ja schön das ist aber nie schönes noch Nichts auszukaufen. Da, Kanonen. Den kann ich aufleveln. Kapf. Bam. Los, vom Früchtes. Schneller. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Eine Meerjungfrau. Da ist eine Meerjungfrau. Das Zeichenwort mir angegeben. Es gibt drei verschiedene Meerjungfrauen. Geschenke. Ich habe keine Geschenke. Ich kriege kein Geschenk. Da gehe ich immer komplett raus. Fähigkeit. Und. Oh, das stimmt. Und. 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 nicht noch. Achso. Hier. Okay. Was soll ich brauchen? Gut. Dann verbessere ich den mal. Dann nochmal eine Forschung abschließen. Entwicklung. Entwicklung ist immer gut. Gut. Lager. 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 Level 10. Level 10. Die Entwicklung brauche ich glaube ich nicht. so. Unbedingt. Na egal. Forschung. Läuft eine Stunde. Labyrinth. Schauen wir uns das Labyrinth mal an. Wobei ich denke, dass ich hier auch nicht weit kommen werde. Ich habe hier schon mal angefangen. Noch mal. Kampf. Mal. 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 Halbes Lehm weggeklopft. Oh. Werfe 18. Kann ich hier irgendwie. Verwerfen. eigentlich verwerfen. Verwerfen ist nicht gut. Der letzte Kampf. Mal. Es war knapp. Aber es hat nicht gereicht. Brutal. Grenzenkapazität. Brutal. Verzeih. So. Also. Dann. Explosion. Explosive Gesundheit. Wo ging es. Das war hier. Oder. Ich meine. Das war ja hier drin gewesen. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. so. Es gibt doch immer viele Wege rein. Habe ich alles ausgerüstet. Ich habe es aber auch schon ganz viel. Ich bräuchte ja fast. Um. Mein Monster. Oder diese Frau. Warum ist meine Frau. Also. Das Monster. Eigentlich. Eine. Frau. Na gut. Ich würde mal sagen. Das war es dann für heute. Ah. Hier ist noch was. Beim Vorderen. Hätte ich sogar beinahe noch übersehen. Herbie. Oh. Ich habe eine neue Truhe gekriegt. Die machen wir auch nochmal schnell auf. Zeppelin. Zeppelin. Da würde ich auch mal nachschauen. Hmm. Okay. Das war es damit. Okay. Zeppelin. Askerby. Perfekt. Jetzt war es das wirklich, nochmal kurz helfen, ein Geschenk ist nochmal hier, Akademie Spiel beenden und das war es dann für heute, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao